Ihr habt oft die Frage, ob ihr noch eine zweite Trage braucht, wenn eure Kinder schon groß sind, vielleicht auch schon über ein Jahr alt sind und ihr noch weiter tragen wollt. Es gibt bei vielen Tragefirmen, das ist vielleicht wichtig zu wissen, eine sogenannte Toddlergröße, eine Kleinkindgröße, die für größere Kinder gedacht ist, weil man sie einfach breiter, höher, länger machen kann. Prinzipiell ist das aber kein Muss, weil die meisten tragen bis 15 Kilo tragbar sind und die Kinder in der Regel anderthalb Jahre alt sind zu diesem Zeitpunkt und viele dann auch entweder gar nicht mehr oder wenig getragen werden wollen. Mit den meisten Tragen, egal ob Babysize oder Toddler, kann man auch ganz wunderbar auf dem Rücken tragen. Wenn ihr das Gefühl habt, es ist eine Entlastung für euch, dann ist das in der Regel ein guter Zeitpunkt, wenn das Kind ungefähr ein halbes Jahr alt ist, plus, minus. Man sagt in der Regel, wenn die Kinder stabil genug sind, damit man sie gut auf den Rücken bekommt zum Tragen.